Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, tolles Wetter heute und es ist mal wieder Zeit für einen neuen Blogartikel. Heute ist der Auftakt zu einer Artikelserie, in der es um das Thema Geldverdienen im Internet geht. Das Hauptproblem, was ja die meisten haben, ist, dass es ihnen nicht gelingt, zielgruppengenauen Traffic auf ihre Webseiten zu bringen. Und ja, viele geben einfach viel zu früh auf und kennen einfach nicht die wichtigen Strategien, die funktionieren, um dauerhaft über das Internet Geld zu verdienen. Und da möchte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten und dir im heutigen Artikel einfach mal die Gründe aufzeigen, warum es Sinn macht, einfach mal drüber nachzudenken, über das Internet sein Geschäft aufzubauen, ganz gleich aus welcher Branche oder welches Unternehmen du hast, welche Produkte, welchen Dienstleistungen du anbietest. Einfach mal zu überlegen, warum ist es sinnvoll, über das Internet Geld zu verdienen, welche Vorteile hast du dadurch. Und darum geht es in dem heutigen Artikel. In dem kommenden Artikel werden wir dann näher in das Thema Traffic eintauchen und wie du wirklich über das Internet Geld verdienen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Lesen des Artikels. Ich freue mich auch auf deine Gedanken zu dem Thema und hinterlass mir einfach einen Kommentar im Artikel. Und ich freue mich von dir zu hören. In diesem Sinne, mach's gut, maximalen Erfolg. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.